Der Weihnachtswunsch von Frank Hammerschmidt Das alte Kinderhaus hatte schon bessere Zeiten gesehen. Das Gebäude aus den 30er Jahren war marode. Die Einrichtung dunkel gehalten und wenig kindergerecht. Die Treppe knarzte, als sie von den gut 14 Kindern genutzt wurde, um in das Esszimmer zu gelangen. Heute gibt es schon wieder Erbsensuppe, Julia. Kann ich auch nicht mehr sehen, Nene. Das ganze Haus riecht schon danach. Ich mag keine Erbsen. Dann hast du jetzt ein Problem, Schnulli. Mann, ey! Ich heiße nicht Schnulli. Ach nein! Tja, ich habe dich aber neulich noch mit einem gesehen, Schnulli. Ja, genau. Lass mich in Ruhe. Jetzt hör doch mal auf, die Kleinen immer zu ärgern, Tessa. Du weißt genau, dass es nur ein Lolli in Schnullerform war. Was möchtest du dich denn da ein? Halt lieber deine Klappe Sommerspossen fressen. Ja, man, heul doch nur da. Ach, ihr seid einfach nur doof. Ey, sagt das normal und es setzt was. Hey, nun hört doch auf damit. Hinsetzen, Kinder. Die Mädchen setzten sich an den langen Tisch, auf dessen Mitte mehrere große Suppenschüsseln standen, aus denen sie sich bedienen konnten. Julia und Nele nahmen die beiden Kleinsten zwischen sich. Julia füllte der kleinen Kiki nur ganz wenig von der Suppe auf ihren Teller, während Nele sich um Sophie kümmerte, die einen Arm in Gips hatte, da sie am Vortag gestürzt warf. Danke, Nele. Guten Appetit. Guten Appetit. Okay. Ah, das heißt, schmeckt nicht. Ihh, an dem Fleisch ist fett dran, Julia. Ja, das mag ich auch. Geht. Dann legt es an den Tellerrand. Wollt ihr heute noch auf den Weihnachtsmarkt, Nele? Was? Oh ja, Weihnachtsmarkt, da würde ich auch gerne. Hm, ich, ich weiß noch nicht, Marie. Eigentlich schon, aber wir müssen erst noch mal fragen. Oh, bringt ihr uns dann etwas mit? Ja, genau, etwas vom Weihnachtsmann. Nur, falls der nicht zu uns findet. Und? Weil wir deine aller, allerbesten Freundinnen sind. Ja, ja, die allerbesten Nervensägen seid ihr. Ey, stimmt doch gar nicht. Schauen wir mal. Die Nele in Burgdorf lässt euch bestimmt nicht allein auf dem Weihnachtsmarkt. Hm? Und wenn doch? Täh, setz dich vor den Spiegel und Zähne deiner Sommersprossen. Du mich auch. Hey, warum bist du nur immer so gemein, Tessa? Tessa funkelte Nele böse an. Dann sah sie auf ihren Teller hinunter, füllte ihren Löffel mit Erbsensuppe und ließ ihn wie ein Katapult in Neles' Richtung hochschnellen, sodass die Suppe auf Neles' Shirt landete. Iken! Spinnst du? Du bist artig so. Sein ist Miststück. Was soll denn das? Du dumm. Volltreffer. Julia war so wütend auf Tessa, die ihr schräg gegenüber saß, dass sie deren Teller nahm und über den Schoß des überraschten Mädchens auskippte. So, hier. Tessa sprang auf und die Suppe tropfte von ihrer Jeans. Du, du, das kriegst du zurück. Was ist denn hier los? Julia, Tessa, was soll denn die Schweinerei? Sie hat damit... Es ist nicht meine Schuld, Frau Nöllenburg-Dorf. Ich habe nichts gemacht. Schluss jetzt. Geht ins Bad und macht euch sauber. Dann wischt ihr Boden und Tisch wieder ordentlich rein und danach sofort in mein Büro. Tessa hatte sich umgezogen. Sie fühlte sich gedemütigt, da ihre Hose und ihr T-Shirt mit der Erbsensuppe beschmiert gewesen war. Und das auch noch vor allen Kindern. Diese dumme Julia. Einige hatten sie sogar ausgelacht. Täh, Rache ist süß, das kriegst du wieder zurück. Du hast doch angefangen. Was hat dir denn Nele getan, dass du sie mit Erbsensuppe bewerfen musstest? Ach, halt die Klappe. Selber. Geht das schon wieder los? Nein, natürlich nicht. Kommt rein. Hinsetzen. Dahin. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Ihr seid hiermit die Ältesten und benehmt euch wie Kleinkinder. Soll das etwa ein Vorbild für die kleineren Kinder wie Kiki oder Sophie sein? Die sehen zu euch auf. Ich hätte inzwischen wirklich etwas mehr Verantwortungsbewusstsein und Disziplin von euch erwartet. Tut mir leid, Frau Nöllenburg-Dorf. Ihr werdet euch jetzt sofort die Hand reichen und euch jeweils bei der anderen entschuldigen. Was? Ja, oder? Ihr bekommt eine Woche Putzdienst und eine Woche Hausarrest. Eure Wahl. Also gut. Sorry, Julia. Entschuldige, Tessa. Na also. Und, dass mir das nicht noch einmal vorkommt. Abmarsch. Äh, Frau Nöllenburg-Dorf. Äh, ich möchte Sie fragen, ob ich heute vielleicht zusammen mit Nela auf den Weihnachtsmarkt darf. Äh, was? Äh, nach dieser Sache gerade denke ich wohl eher nicht. Geht jetzt und denkt noch mal genau über eure Taten nach. Hey, hey, wusste ich's doch. Geschieht euch recht. Okay, die Luft ist rein. Liebe Treue sind alle im oberen Stock beim Gespräch. Und, du willst wirklich nicht mit, Marie? Nee, das ist mir zu riskant. Aber viel Spaß wünsche ich euch. Und passt auf, dass euch keiner sieht. Ja, dankeschön, Marie. Das machen wir. Zum Abendessen sind wir sicher wieder zurück. Falls jemand fragt, wir sind in unseren Zimmern und wollen nicht gestört werden, okay? Okay, nun geht schon. Ich schließe die Tür hinter euch. Also gut. Bis dann. Bis später. Aha, wen haben wir denn da? Hallo, Mariechen. Wo wollen denn Julia und Nele hin? Hä? Wer? Äh, äh, was? Was, 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 was? Wieso denn? Sind sie nicht oben? Ja, ja, für Scheiß, dann kann ich mich selbst. Du hast sie doch gerade rausgelassen. Hä? Ja, und weiß denn Frau Nöllenburgdorf auch schon davon? Äh, äh. Wenn das mal keinen Ärger gibt. Nach einer halben Stunde Fußmarsch hörten Julia und Nele bereits weihnachtliche Musik. Und sie sahen die ersten leuchtenden Buden mit Lebkuchenherzen, kandierten Äpfeln und gebrannten Mandeln. Und es duftete so wunderbar. Eben wie Weihnachten. Weihnachten. Und es tutso Leih 여기까지. Einmal die Kitchener- before going to the town. Einmal die mentale Church. Und wir hatten noch ein es. Und sie konnten weg und coastal sehr lieben ist und viel mehr aus dem Gericht. Und es war ein... Mann, verdammelt mal die rauf der Kabine. Für uns乾 laatsche. Schnappst du, Schatz, komm aus dem Erd! So, schau mal in die Weihnachtsmann. Schau mal in die Weihnachtsmann. Mach insass uns mit jemandem Traum. Max, wo bist du? Max! Hey, Max, komm her! Heiß aber Gott. Schau mal, Schatz. Nein, das wäre doch los für zu weit, oder? Schau mal, ich bin bereit. Oh, jetzt komm schon, Clara. Öff, die Verfalle, nur eine Zuckergatt. Du hast doch schon gebrannte Mandeln, ein Lebkuchenherz und Waffeln. Was willst du eigentlich noch? Nur Zuckerwatte. Auf gar keinen Fall. Und jetzt komm endlich. Wir wollen doch noch zur Schlitzschuhbahn. Weißt Mama eigentlich, dass du mit Frau Berlebach drei Knochenweine getrunken hast? Eine kleine Zuckerwatte, bitte. Sehr gerne. Machen Sie eine große draus. Ganz wie Sie wünschen. Ja, Backfisch, frischen Backfisch. Ja, komm gerade hier, Backfisch. Der beste Backfisch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, hier. Backfisch, mein Backfisch schreit. Hey, schau mal. Da hängt ein Herz mit der Aufschrift Tessa. Uh. Das kann ja nur der Quintsch drauf geschrieben haben. Ja, auf keinen Fall der Weihnachtsmarkt. Wie viel Geld hast du denn? Ich, ich habe 2,50 dabei. Ist nicht viel, aber vielleicht können wir dafür irgendetwas für Kiki und Sophie kaufen. Und wenn dann noch etwas übrig ist? Auch für Marie. Das wäre schön. Moment. Ich habe... 1,90. Hm. Das sind zusammen nicht einmal 5 Euro. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir etwas Schönes, was nicht so viel Geld kostet. Mhm. Julia! Was denn? Versteck dich, ne? Da ist Herr Obermüller. Wo? Was macht der denn hier? Herr Obermüller hatte wahrscheinlich die gleiche Idee wie wir. Ich hätte auch keine Lust, meinen Nachmittag mit Frau Nellen Burgdorf zu verbringen. Hey Papa, schau mal. Da vorne sind Julia und Nele. Wer? Wer? Na, die Mädchen aus dem Kinderhaus. Die aus meiner Parallelklasse. Ach so, ja. Was machen die denn allein hier auf dem Weihnachtsmarkt? Hm. Bei denen ist es doch immer so streng. Ähm. Na ja, vielleicht sind die anderen hier auch irgendwo. Hm. Kann sein. Sieht aber fast so aus, als würden sie sich hinter den Bäumen verstecken. Ähm. Na bei der Bude dort. Sie verstecken sich doch irgendwie. Willst du nochmal hin zu ihnen? Ach ne. Ich sehe sie ja schon bald wieder. Ich würde jetzt aber lieber zum Zuckerwattestand. Okay. Na dann zum Zuckerwattestand. Hat er uns gesehen? Ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Ja. Er geht weiter. So. Wir müssen aufpassen, dass uns hier nicht doch noch einer entdeckt. Kann ich euch ja vielleicht helfen? Hm? Äh. Äh. Nein, nein. Wir kommen zurecht. Oh. Wollt ihr vielleicht eine Hand beim alten Baumkugel kaufen? Als Gesang für eure Eltern zu Weihnachten? Wie die vielleicht? Oh. Sieht toll aus. Ich könnte auch euren Namen darauf malen. Für einen kleinen Aufpreis versteht sich. Wir, wir würden ja gerne etwas kaufen. Ah. Aber wir haben nur wenig Geld. Ach so. Na ja, dann, dann geht weiter Mädchen. Geht weiter. Wenn ihr nichts kaufen wollt, geht bitte weiter. Wir gehen ja schon. Ja, ja. Verstecken. Geht ihr euch? Wollen das? Mann. So ein Blödmann. Man muss doch nicht immer gleich etwas kaufen. Voll der Buden-Cringe. Buden-Cringe? Das Wort habe ich noch nie gehört. Klingt aber passend. Na ja, schau ihn dir doch mal an. Schau mal. Da drüben gibt es eine Riesenauswahl an gebrannten Nüssen und Mandeln. Wo? Oh, lecker. Komm. Riecht das hier lecker. Schau mal. Oh, die Dinger kenne ich. Lecker. Hallo. Hä? Was darf es denn sein? Äh, arbeitest du etwa hier? Ich meine, du bist wahrscheinlich erst so alt wie wir. Klar, ich vertrete meinen Vater. Ihr könnt jetzt so lange warten, bis er zurückkommt. Oder aber auch bei mir etwas kaufen. Liegt an euch. Okay. Na dann. Wir hätten gern eine Tüte mit gebrannten Mandeln. Okay. Hier. 5 Euro macht das dann bitte. Oh je. So viel Geld haben wir nicht. Gibt es die denn auch mit weniger Inhalt? Wir haben leider nur die eine Größe. Wie viel Geld habt ihr denn dabei? Ähm, nur 4,40 Euro. Das reicht leider nicht. Schon klar. Hör mal. Ich bin Julia. Und das ist meine beste Freundin Nele. Wir kommen aus dem Kinderhaus dieser Stadt. Und würden einigen kleinen Freundinnen von uns gerne eine Freude machen. Kannst du nicht einige Mandeln herausnehmen und uns die Tüte dann für 4,40 Euro verkaufen? Hm, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr singt für mich ein kleines Weihnachtslied. Oder sagt ein Gedicht auf. Und dann bekommt ihr die Mandeln zu diesem Preis. Ist das okay? Ach. Ich weiß nicht. Singen? Jetzt und hier? Ja klar. Oder Gedicht aufsagen. Egal. Hauptsache weihnachtlich. Kennst du was? Was könnte man denn... Okay, ich habe ein Gedicht. Warte. Der Weihnachtsmann macht eine Pause von seiner großen Weihnachtstause und trinkt einen heißen Früchtetee. Sein Rentier pullert in den Schnee. Dann zieht er weiter Haus zu Haus und liefert die Geschenke aus. Sehr schön. Ihr seid echt witzig. Hier geht aufs Haus. Was? Echt jetzt? Ja klar. Oh, danke. Das ist richtig toll von dir. Cool. Wie heißt du? Ich bin Kai. Vielen Dank, lieber Kai. Und fröhliche Weihnachten. Das ist echt gut. Ja klar. Euch auch. Lasst es euch schmecken. Ciao. Ja, danke. Super. Schau mal dort. Dieser komische Stand. Ja. Ist der einzige Stand, wo nichts los ist. Ist da überhaupt einer? Los, komm. Lass uns dort mal hingehen. Ja, okay. Oh, schau mal hier. Und da. Das sind aber schöne Tiere. Äh. Hä? Oh. Hallo Mädchen. Oh. Haben Sie die gemacht? Nein. Aber meine kleinen Weihnachtssichten. Toll. Alle Mund geblasen, fein gehäkelt und handgeklöppelt. Höchste Qualität. Ja, ja. Und Sie sind wahrscheinlich der Weihnachtsmann. Nee. Ist klar. Hm. Die zwei süßen Rentiere hier. Das wäre bestimmt etwas für Kiki und Sophie. Da würden sie sich freuen. Ja, glaube ich auch. Äh. Ach bitte? Was kosten die zwei kleinen Rentiere hier? Ähm. Was? Äh. Naja. Ähm. Drei Goldtaler. Zahler? Äh. Wir haben aber keine Zahler. Wir haben Euro. Ja. Drei Euro hätten wir. Hier. Nein, nein, liebes Kind. Es kostet drei Goldtaler. Hä? Ja, aber kein Mensch hat Goldtaler. Tja, da kann man nichts machen. Das wird wohl auch der Grund sein, warum hier keiner weiter ist. Der läuft bestimmt nicht ganz rund. Hören Sie. Bei uns im Kinderhaus gibt es keine Goldtaler. Wir haben nur ein paar Euro Taschengeld und davon auch nur sehr wenig. Ja, ja. In unserem Kinderhaus haben wir nicht zu viel. Nur das Nötigste. Ja. Und mit uns zusammen wohnen auch zwei kleinere Mädchen, denen wir die Tiere gerne mitgebracht hätten. Egal. Komm. Dann eben nicht. Schauen wir woanders. Okay. Halt! Hm? Keine Goldtaler? Nein. Und äh, Kinderhaus sagt ihr? Ja. Ja. Nun gut. Da ja bald Weihnachten ist, will ich mal nicht so sein. Nehmt die beiden Rentiere mit und schenkt sie euren Freundinnen. Wirklich? Danke. Hey. Cool. Und eins noch. Sagt ihnen, dass die Kirchen auch Wünsche erfüllen können. Ja. Ha. Man muss sie einfach nur am Kopf streicheln. Hm, 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 hm. Aber Vorsicht. Der Wunsch sollte wohl durchdacht sein. Und es gibt auch nur einen Wunsch pro Tier. Äh, ja klar. Wir richten es ihnen aus. Ja. Schönen Tag noch. Und danke vielmals. Tschüss. Ich glaube, der tickt nicht ganz richtig. Egal. Dafür hat er uns die Tierchen geschenkt. Das ist doch wundervoll. Die Mädchen verbrachten noch eine ganze Weile auf dem Weihnachtsmarkt. Bis sie erschrocken feststellten, dass die Uhr kurz vor Abendessen anzeigte. Welches sie nur noch schaffen würden, wären sie sich nun richtig beeilten. Also verließen sie widerwillig den Weihnachtsmarkt mit den bunten Lichtern und den leckeren Düften und machten sich auf den Rückweg. Los, das schaffen wir noch. Wir hätten Handschuhe mitnehmen sollen. Meine Finger sind ganz kalt. Dann steck sie doch in die Jackentasche. Gute Idee. Ich werde... Was ist das denn? Igitz. Was denn? In meiner Tasche. Matschige Erbsenpampe. Hm, Tessa. Wer sonst? Diese blöde Kuh. Und Rieke war bestimmt auch mit dabei. Ja, ich verfluche sie. Am liebsten würde ich die verwünschen. Ja, in eine Kröte verwandeln oder so. Ja, aber damit tust du der Kröte nur Unrecht. Aber hey, warte mal. Wir haben doch die Rentiere. Nicht dein Ernst. Glaubst du etwa an den Blödsinn, den der alte Mann uns erzählt hat? Natürlich nicht. Aber lustig wäre es doch. Wie sagt er noch? Am Kopf streicheln und dann sich etwas wünschen? Äh, ja, ich glaube. Na los. Dann wünsche ich mir, dass Tessa und Rieke... Hm, was wünsche ich mir denn? Dass sie eingefroren werden. Ja. Damit wir uns über sie nicht mehr so ärgern müssen. Und mit ihnen soll das ganze Kinderhaus, inklusive Frau Nellenburgdorf, zu einem tiefgefrorenen Winterwunderland werden. Haha, genau. Oh je, lieber nicht. Wo sollen wir denn dann wohnen? Und Schnee und Winter? Kalt, kalt, kalt. Muss nicht sein. Haha, ist doch nur Spaß. Aber stell dir das mal vor. Nee, nee, lieber nicht. Julia und Nele amüsierten sich noch über die Vorstellung, wie das aussehen würde, wenn nun wirklich alle eingefroren wären. Die Köchin beim Abschmecken der ekligen Erbsensuppe, Frau Nellenburgdorf beim Zurechtrücken ihrer großen Brille und Tessa und Rieke kurz bevor sie die Kleinen wieder ärgern wollten. Doch als sie am Kinderhaus ankamen, verstummte ihr Lachen wie im Nu. Und sie trauten ihren Augen kaum. Das Kinderhaus war als einziges Gebäude in der ganzen Straße meterhoch eingeschneit. Vom Dach hingen eine Vielzahl von Eiszapfen herunter und im Garten, der nun schneeweiß war, stand Marie festgefroren mit einer Taschenlampe in ihrer Hand. Offenbar wollte sie den Mädchen ein Stück entgegen gehen. Doch nun war sie steif wie eine Eiskulptur. Ein anderes Mädchen, das zufälligerweise am Kinderhaus vorbeilief, stand nun staunend mit großen Augen davor. Ach du Scheiße! Das kann doch nicht! Oh Mann, ich glaub's ja nicht! Herrje! Was ist denn das? Hey! Habt ihr das gesehen? Hä? Was gesehen? Na hier! Das Haus! Ist wahr? Wie in einem Märchen! Mann! In wenigen Minuten! Komplett eingeschnallt! Wahnsinn! Das gibt's doch nicht! Sollte das wirklich der Wunsch gewesen sein? Das! Das sieht wohl ganz danach aus! Oh Mann! Ich glaub ich spinne! Na wer hier wohnt, der hat jetzt nichts mehr zu lachen! Da hast du wohl recht! Oh Mann! Das ist Marie! Total eingefroren! Arme Marie! Zeig bloß, ihr wohnt hier! Ja! Im Kinderhaus! Das ist das Kinderhaus? Ach Herrje! Los Julia, komm! Sehen wir im Haus nach, was mit den anderen ist! Ja, gut! Hey Mädchen, wie heißt du? Ich? Tiama! Also Tiama, erzähle lieber niemanden hiervon! Das bringt uns nur mächtig Erde ein! Nun komm schon! Ja, ich komme! Das glaubt mir doch sowieso kein Mensch! Die Mädchen mühten sich zunächst mit der eingefrorenen Haustür ab. Sie zogen und schoben und rüttelten mit vereinten Kräften, bis sich die Tür zu einem kleinen Spalt öffnen lief. Nebe und Julia zwängten sich hindurch und erblickten dann überrascht die zugefrorenen Innenräume des Hauses! Ha! Ha! Halt mich! Halt mich fest! Ha! 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 Ohhhh, der Fußboden ist ja sauglatt! Wie beim Eislaufen! Boah! Schau dir das an! Wow! Ohhhh, unglaublich! Alles gefroren! Ich kann das alles immer noch nicht glauben! Oh je! Oh nein! Nein, schau mal, Kiki und Sophie, da, auf der Treppe. Im Laufen erstarrt. Und Tessa und Rieke hinter ihnen. Die haben Kiki und Sophie doch bestimmt wieder geärgert. Was war denn das? Es kam aus der Kleidertruhe, dort. Warte mal. Warte. Ich helfe dir. Nein, nein, nicht. Hey, hey, Lilly. Keine Angst, wir sind's doch nur. Neil und Julia, alles gut. Nein. Ruhig, ruhig. Was? Seid ihr es wirklich? Ja, und bist du okay? Ja, mir geht's gut. Was ist hier eigentlich los? Tja, das wissen wir auch nicht so genau. Alles ist eingeschneit. Und Kiki und Sophie und die anderen. Sie sind einfach gefroren. Ja, das ist wohl wahr. Aber wie bist du dem Eis entkommen? Wir hatten gerade Verstecken gespielt. Da bin ich in die Truhe gekrochen und dann war es plötzlich still. Hey, je. Hey, je, Minnie. Hä? Hab ich's doch gewusst, dass es eine saublöde Idee von dir war. Ja, ja, sag das du schon. Warte mal. Da draußen ist jemand. Ich höre es. Und jetzt haben wir das Malheur. Lilly, du bleibst hier und rührst dich nicht vom Fleck. Wir schauen mal nach, wer das ist. Okay, ist gut. Komm, Nele. Ja. Na, da knutscht mich doch mal ein bunt karierter Elch. Sieh da. Da kommen die Übeltäterinnen. Das ist der Verkäufer, von dem wir die kleinen Rentiere haben. Und tatsächlich, auf einem großen Schlitten saß der Verkäufer. Ihnen war vorher gar nicht aufgefallen, wie lang sein weißer voller Bart war. Und nun hatte er auch noch ganz andere Sachen an. Er sah aus wie der Weihnachtsmann mit seiner roten Zipfelmütze, den schweren Stiefeln und seinem dicken, ebenfalls roten Mantel. Aber das Wunderlichste war, dass er sich mit seinem Rentier, das den Schlitten zog, zu unterhalten schien. Was steht ihr da und klotzt so blöd? Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man meinen, ihr seid ebenfalls zu Eis gefroren. Sei bitte nicht zu streng mit den Mädchen, mein lieber Rudolf. Mein lieber Rudolf. Mein lieber Rudolf. Wenn ich das schon höre. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, zu den beiden nett zu sein. Ich glaub's ja nicht. Siehst du das auch? Der spricht. Ja, ich sehe und höre es. Unheimlich. Unheimlich. Unheimlich? Das, was ich hier sehe, ist unheimlich. Mann, da glüht mir doch gleich die Nase krumm. Entschuldigt ihn bitte. Er hatte noch kein Abendbrot und isst dann immer ein wenig Gugast. Ja, so sieht's aus. Und dank euch trulligen Eisprinzessinnen verzögert sich das Essen noch mehr. Mann. Das tut uns auch sehr leid. Das alles wollten wir nicht. Ja, bestimmt nicht. Das sollte doch nur ein Scherz sein. Wir konnten doch nicht wissen, dass... Ja, ja, ja. Sei schlau und stell dich dumm. Nein, ehrlich. Es war überhaupt keine böse Absicht. Ja, das stimmt. Und wenn Sie wirklich der Weihnachtsmann sind, könnten Sie vielleicht das alles hier wieder rückgängig machen? Oh ja, bitte. Äh, was? Na, das, das Chaos hier. Ja, das Eis und der viele Schnee. Und unsere Freundinnen wieder auftauen. Ah, euer Winterwunderland. Ja. Wie kommt ihr denn darauf, dass ich sowas könnte? Ja, genau. Ihr habt euch das selbst eingebrockt und ihr müsst das auch wieder in Ordnung bringen. Ja, aber wie denn? Moment mal. Wir hatten doch zwei Wunschtiere. Hier. Äh, ja, und? Ich hatte aber erst einen Wunsch gesprochen. Also wäre noch einer übrig. Pro Tier ein Wunsch. Richtig. Meinst du, damit können wir das einfach rückgängig machen? Ich hoffe es. Was schaut ihr mich so an? Probiert es aus? Oder aber ihr wünscht euch für mich einen großen Korb schmackhafter Karottenherbein. Rudolf. Naja, das wäre doch mal was anderes. Ich probiere es. Ja gut. Ich wünsche mir, dass Julias Wunsch wieder rückgängig gemacht wird. Streicheln nicht vergessen. Ach ja. Oh, oh, oh. Als sich die Mädchen umsahen, war der Weihnachtsmann mit seinem frechen Rentier Rudolf verschwunden. So als wären sie nie da gewesen. Dafür kam ein Mädchen angerannt. Es war Marie. Marie, du kannst dich ja wieder bewegen. Hä? Na sicher doch. Ja, die anderen bestimmt auch. Los, komm, lass uns nachschauen. Julia, Julia, Tessa ist wieder böse hier unten. Also, Peck. Ey, ja, hör doch, du Baby. Ach, kümmert euch doch nicht um die. Schaut mal hier, was wir euch mitgebracht haben. Oh, wow. Die sind aber schön. Eine weh? Fast. Es sind Rentiere. Persönlich vom Weihnachtsmann. Echt? Toll. Ja, ja. Und ob. Die sind Mund geblasen, fein gehäkelt und, ähm, handgeklöppelt. Höchste Qualität eben. Und gebrannte Manteln haben wir auch. Hier, Marie. Greift zu. Ist für Ande da. Mh, die sind echt gut. Du kriegst auch. Kommt schon, nehmt euch. Na los, hier. Greift auch rein. Wirklich? Hä, meinst du etwa uns? Tessa und Rieke waren ganz überrascht, griffen dann aber dankend in die Tüte mit den Mandeln. Auch Kiki und Sophie. Dann gingen alle gemeinsam ins Esszimmer. Na, jetzt sind ja alle da. Setzt euch bitte. Da morgen Heiligabend ist, haben die Kollegen und ich beschlossen, dass wir alle gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt gehen werden. Ja, ja, schon gut. Und vielleicht führen uns ja sogar Julia und Nele über den Markt und verraten uns, wo die schönsten Buden und Stände zu finden sind. Ähm, äh, ja, äh, gerne. Schön. Dann freuen wir uns jetzt auf den morgigen Tag. Auf den heiligen Abend. Wanderstum, ja. Dieses Hörspiel ist dem kleinen Henry gewidmet, der in diesem Jahr zum ersten Mal mit leuchtenden Augen vor dem Weihnachtsbaum stehen wird. Hallo. Ich bin Leonie, zwölf Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die Rolle Julia. Ich wünsche allen Kindern, Freunden, Bekannten und Zuhörern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Hallo, ich bin Marlena, neun Jahre alt. Meine Rolle im Hörspiel ist Nele. Ich wünsche meiner Schwester, meiner Familie und meinen Freunden fröhliche Weihnachten. Und euch allen natürlich auch. Hallo, ich bin Clara, zehn Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die Rieke. Ich wünsche allen Kindern, Zuhörern und Freunden und der Familie frohe Weihnachten. Hallo, ich bin Emily. Ich bin zehn Jahre alt und ich spreche im Hörspiel Sophie. Ich wünsche allen Kindern, Zuhörern, Freunden, Familien, Bekannten fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin Marlena, acht Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die Millie. Und ich wünsche allen Zuhörern ein frohes Fest und guten Rutsch. Hallo, ich bin die Michelle. Ich bin sechs Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die Kiki. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin die Selin, zehn Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die Marie. Ich wünsche allen Kindern, meiner Familie und den Zuhörern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin Tiamma, neun Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die Tiamma. Ich wünsche allen Kindern, Zuhörern sowie meiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin Svenja. Ich bin zehn Jahre alt und ich spreche im Hörspiel die freche Tessa. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin der Luca, zehn Jahre alt und meine Rolle im Hörspiel ist der Kai. Ich wünsche allen Hörern, meiner Familie und Freunden frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Name ist Birgit Arnold und ich spreche im Hörspiel Frau Nöllen-Burgdorf. Ich wünsche allen Zuhörern ein wunderbares Weihnachtsfest. Freut euch mit euren Liebsten und genießt die gemeinsamen Stunden. Mein Name ist Werner Wilkening und ich spreche im Hörspiel den Weihnachtsmann. Ja, richtig. Ich wünsche allen Kindern, Zuhörern und Zuhörerinnen, Freunden und Freundinnen, Bekannten und Bekanntinnen und so weiter ein fröhliches Weihnachtsfest. Fröhliche Weihnachten, frohes Fest und einen guten Rutsch. Hallo, ich bin Marco Rosenberg und im Hörspiel leih ich meine Stimme dem Rudolf. Ich wünsche allen großen und kleinen Zuhörern da draußen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Name ist Horst Kurt und ich spreche hier im Hörspiel den Verkäufer. Ich wünsche allen Zuhörern, allen Kindern, allen Eltern, allen Menschen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Ich wünsche euch Gesundheit, Glück und Liebe. Das sind immer alles Sachen, die man sich nicht selber kaufen kann. Und ja, frohe Weihnachten. Mein Name ist Frank Hammerschmidt und ich bin neben Joki der Autor dieser Geschichte. Mit heißerer Stimme, aber so gehört es sich wohl zu dieser Jahreszeit, wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen rutschigen Rutsch ins nächste Jahr. Hier ist der Joki, Macher der Hörspielwerkstatt und zusammen mit Frank hatte ich die Idee zu diesem Weihnachtshörspiel. Somit wünsche ich euch und ganz besonders den Kindern ein wundervolles, friedliches und entspanntes Weihnachtsfest und einen gut gelaunten Start ins neue Jahr. Mein Name ist Dolle Hoffmann und ich spreche in diesem Hörspiel die Erzählerin. Und auch ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz egal, ob ihr mit Freunden feiert, mit Familie, ganz groß, ganz klein oder auch ganz alleine. Ich wünsche allen von euch Zuversicht, Hoffnung und Frieden. Fantastonia. Kopfkino. Abenteuer. Fantastonia. Kopfkino. Abenteuer. Das rosarote Päckchen. Ah! Ah! Mama, ich gehe noch einmal schnell zum Kramladen rüber. Das habe ich hier aber ewig nicht mehr gesehen. Du bist ja schon richtig groß geworden. Was soll ich nur mit dem Kram? Tja, ein rosarotes Päckchen. Schön, ne? Hallo! Stich ich. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Ist das denn, ist das denn wirklich wahr? Gesundheit. Erstaunst du was? Ich werde verrutten. Genau das ist es. Wie viel als ich ihn gerne lieben? Die Weihnachtsbüchte sollen ihn kriegen. Es wird ja wieder anzuschneiden. Tada! Du hast einen Nussknacker. Es macht ja richtig Spaß. So, und wie kann ich dir... Fantastonia. Kopfkino. Abenteuer. Fantastonia. Kopfkino. Abenteuer. Kennt ihr sie auch? Diese kleinen Wichtel, die am heiligen Abend dem Weihnachtsmann dabei helfen, die Geschenke zu verteilen? Ich bin schon so aufgeregt, Fleckchen. Dann lasst mich euch diese kleine Geschichte erzählen, die sich wirklich so zugetragen hat. Es war der heilige Abend. Also los. Doch in diesem Jahr geschehen merkwürdige Dinge. Oh, pass auf. Aua. Meine lieben Wichtel, euren Job möchte ich nicht machen. Aber wir haben doch alle Geschenke verteilt. Eins ist aber weggelaufen. Das Paket? Miri und Flöckchen wollen herausfinden, was da los ist. Keine seltsame Geschichte ist das. Es schien, als wäre das Päckchen einfach weggelaufen? Ja, aber Beine habe ich keine gesehen. Ich werde das mit dem Weihnachtsmann besprechen. Schnell, komm mit! Dabei geraten sie in so manche gefährliche Situation. Ich habe solche Angst. Weihnachtswichtel in Aufruhr. Ein kostenloses Hörspiel von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Zum Anhören auf YouTube und zum Downloaden auf www.hörspielwerkstatt.de Hörspielwerkstatt.de